Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Zitronenglasur. Die Zitronenglasur ist ein Basisrezept zum Glasieren von Backwaren oder Pralinen. Für eine Portion werden folgende Zutaten benötigt. 80 Gramm Puderzucker, 1-2-1 Zitrone. Folgende Utensilien werden benötigt. Schüssel, Küchenpinsel, Zitruspresse, Feinsieb. Zubereitung Die Zitrone auspressen, durch ein Feinsieb in eine Schüssel abseihen und mit dem Puderzucker verrühren. Die Glasur mit einem Küchenpinsel auftragen. Glasur zu Pralinen und Backwaren Diese Varianten gibt es Weitere leckere Rezepte rund um ein Glasur. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!